Herzlich Willkommen zurück in der Kluft. Mein Name ist Chaos hier und ich gehe heute mit euch auf die Top-Lane. Und zwar ist das Ganze ein Ranked. Ich habe ja mal die Folgen, die mich wenigstens noch einstufen lassen. Und hier. Schauen wir mal. Daran muss ich gegen den Chase wahrscheinlich. Das Problem ist, wir haben fast nur AD. Die Band allerdings auch. Okay. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Das Problem ist, dass es nicht wirklich so läuft. Jetzt wird es ein bisschen mit dem Poke von dem Nervig ist. Aber naja. Ach, Chase ist Mitte. Oh, cool, da muss ich gegen den Salern. Okay. Dann ist Wurst. Dann ist ja Wurst. Gut. Oh ja. Gleich um. Okay. 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 Ja. So, wieder und so. Ich kenn halt eben meinen Offen hier. Jetzt können wir uns gleich die Pick-Ecks holen. Ich glaub ich mach das auch mal in Englisch. Die deutschen Namen sind so gruselig. Spitzacke. Zoll dich. Ja. Der fließt eh ein bisschen so nachher. Zollen sie euch gegen Puschen. Wenn du nicht essen. ... das Calf-Life-Priest auch nicht. Wir werden durch Raiber und Rorten gleich. Ja, ich liebe meinen offenen. Geh nicht rein, geh nicht rein. Geh einfach weg. Und meine Combo hätte ich dir wahrscheinlich noch killen können, dann hab ich gesehen. Ich kann mich sehen. Oh Film! Nein! Schade! Schade! Gut! Und... ... 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 Ah, ich bin ein Taler. Da geht man ein wenig dezent auf den Zwirn hier. Soll ich ruhig auf Puderleiser gehen. Das ist ein hässliches Schild, wieso mache ich bei dem so wenig Schaden. Ja, ich weiß. So. So gut ist damit, wenn ich auch gleich das Angriffsteam muss, das ist natürlich eh voll. Gegen Qin Zhao. So und jetzt kann ich hier wieder wo ich Dings gehen. Das war echt schön aus. Das sieht noch schöner aus. Geplatzt ist der oder nicht? Ist der schon wieder am Leben? Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Ach weck mich. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Das war's für heute. So, dann pushen wir hier unten wieder. Die sind so dritt, oder so fährt in der Mitte. Beschäftigte ruhig in der Mitte. Das ist so riesig. Ja, das sagt man natürlich nicht. Das ist so riesig. Das war so dumm. Nicht so dumm. Das ist so riesig. Nein. Ich bin... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.